Untertitelung des ZDF, 2020 Nee, danke. Ich will euch nicht stören bei eurer Versöhnung. Ach so, nein, wir sind nur Freunde, mehr nicht. Klar. Freut mich für euch. Ja, ich muss dann nochmal weiter. Ja, verlauf dich nicht. Der Kuchen sieht wirklich super aus. Mhm. Entschuldige mich. Geht's wieder? Ja, der Kuchen war wirklich versalzen. Also der Jonas kriegt was von mir zu hören. Deshalb geht normalerweise nie ein Gericht aus der Küche ohne, dass ich es mal probiert habe. Ach, jetzt sei ihm nicht böse. Vielleicht ist er ja verliebt. Und du sollst darunter leiden? Ich werde es schon überleben. Hopfer. Vater hat bestimmt gedacht, dass der Kuchen extra versalzt und er war. Warum sollte er so was denken? Ja, du kennst ihn doch. Er vermutet hinter jeder Ecke irgendeine Verschwörung. Ja, eigentlich, also eigentlich bin ich ganz froh, dass wir jetzt so eine Art Waffenstillstand haben. Dein Plan geht auf. Eigentlich weiß ja Charlotte. Also, wenn wir jetzt nicht über seinen Geburtstagsgeschein gesprochen hätten, wer weiß, vielleicht hätte ich ja gar nicht auf Charlottes Vorschlag gehört. Mutter wäre stolz auf dich. Aus dem rebellischen kleinen Vienchen ist eine sehr feinfühlige und schöne Frau geworden. Sag mal, ist dir noch nie ein Missgeschick in der Küche passiert? Ja, noch nicht. Okay, mein erster Tag in Barcelona. Ich war total nervös. Mein Spanisch, Katastrophe. Und? Ach, ich werde das nicht vergessen. Diente de Ajo, das heißt Knoblauchzehe, nicht Knolle. Und die Gäste, die mein Essen bekommen haben, die sind heute noch sicher vor Vampiren. Ja. Ja, das war definitiv nur einer von mehreren kulinarischen Unfällen, die ich so hatte. Ich will alle hören. Ach, das gefällt dir jetzt, oder was? Wenn ich als Tropfen da stehe. Ah, hier bist du dich, suche ich. In der Küche habe ich dich nicht gefunden. Trotzdem im Dienst, Fräulein Stahl. Ich war nur kurz im Gewächshaus. Stehen Sie bequem, ich bin in extrem wichtiger Funktion unterwegs. Assistentin der Geschäftsführung. Ich bin auf Stand. Ich bin mit der Mission Website-Aktualisierung beauftragt und soll ein Porträt unseres neuen Star-Kochs erstellen. Star-Koch hier am Fürstenhof? Wie heißt der Mist, Katastrophe? Du wirst auf der neuen Website vorgestellt. Cool. Wart mal ab, wie ich dich darstelle. Also Fotos genehmige ich natürlich nur von meiner Schokoladenseite. Irgendwo müsste ich eine haben. Die hast du. Geht's gleich heute ab? Also nur ein kurzes Interview und ein paar Fotos. Leider nein. Ich bin mit Patricia verabredet. Naja. Wir finden bestimmt einen anderen Termin. Patricia hat mir übrigens heute sehr geholfen. Mit dem Computer. Sie ist wirklich überqualifiziert als Putzfrau. Sie hat ja Jura studiert. Sag das mal, Vater. Aber dass du dich plötzlich so für sie einsetzt, kannst du dich vielleicht doch noch mit ihr anfreunden. Wohl eher nicht. Patricia ist nicht so schlimm, wie alle denken. Ja, wer weiß. Vielleicht werde ich sogar glücklich mit ihr. Niklas hat mir einen Antrag gemacht. Ist ja nicht wunderschön. Ihr heiratet. Ihr heiratet? Ja. Naja. Ist das nicht toll? Gratuliere. Lass uns alle anstoßen. Vielen Dank, aber ich habe keine Zeit. Entschuldigt mich. Herr Ehlers, hier ist ein Fax für Sie. Vielen Dank. Hi. Hi. Na? Bist du unter die Gärtner gegangen? Nee, ich brauche die für die Küche. Minze? 40 Minze. Passt der Vorrang zu Fisch oder Geflügel? Wegen gestern. Ja, tut mir leid, dass ich nicht mit euch feiern konnte, aber mir war das alles ein bisschen... Zu viel. Ja, für mich auch. Patricia hat den Ring im Kuchen gefunden und dachte, ich will... Na ja, klassisches Missverständnis. Wie, du... Du willst gar nicht heiraten? Ich habe keinen Ring im Kuchen versteckt. Wegen des Porträts. Ja? Komm doch nachher in der Küche vorbei, dann besprechen wir das. Bis später. Hey. Hey. Wegen der Internetseite ist wohl jetzt gerade schlecht, oder? Frau Forst. Du fragst, ich antworte. Und nebenbei versäht sich die eine oder andere Suppe. Okay, Lebenslauf habe ich, Preise und Auszeichnungen auch. Okay. Was brauchst du noch? Na ja, wie alles begann. Mit dem Kinderkochherd, den du zu Weihnachten bekommen hast. Damit habe ich mein erstes Spiegel-Ei gebraten. Erinnerst du dich? Mhm. Weiter ging es dann mit Omas Rezepten. Oh. Und als ich mir dann einen Kochkurs gewünscht habe, hat Vater Panik gekriegt. Das war die Kurzfassung. Und er hat dich ins Internat geschickt. Boah, ich war so sauer. Aber ich habe das natürlich ordentlich an den Lehrern ausgelassen. Gab es Ärger? Einen Verweis nach dem anderen. Und Strafstunden in der Küche. Das war natürlich total schlimm für dich. Das war für mich der Himmel auf Erden. Was ich natürlich keinem gesagt habe. Ja, so anfangs durfte ich natürlich nur Teller waschen. Aber der Koch war so faul, der war froh, dass ich kochen wollte. Und der Unterricht? Du, ich habe meistens nachmittags gearbeitet für das Abendessen. Tolle Pasta, Gulasch. Meine Kumpels, die fanden das super. Und mit 14 war ich dann sozusagen der Küchenchef des Internats. Bis Vater davon wieder kam. Wie, und dann gab es Küchenverbot, oder was? Aber du siehst ja, alle Erziehungsversuche haben nichts gebracht. Das riecht köstlich. Bei Erja fürs Personal. Das ist eine katalanische Variante. Wahnsinn. Ja, ähm, was warst du das? Äh, ja. Ähm, ja, klar. Schöne Geschichte. So, jetzt muss die Hasenschulter noch 10 Minuten im Ofen bleiben, dann ist sie perfekt. Dazu gibt es Mascarpone und Mangopüree. Guck mal. Eine ganz neue Kreation von mir. Das klingt wirklich toll. Das ist toll. Ja, probier mal. Dann warte mal, bis du meine Salmorejo-Soße dazu probiert hast. Das ist eine Explosion für die Geschmacksnerven. Ist alles okay? Ja, alles bestens. Patricia, hi. Dauert nicht mehr lang, ich beeile mich. Ich bin auch. Alles klar. Entschuldige, was ist los? Ich, ich weiß einfach nicht, ob Patricia die Richtige für dich ist. Doch, das Thema hatten wir doch schon. Ja, ich weiß, aber... Was? Wegen Sebastian. Ich glaube, zwischen ihm und Patricia läuft noch was. Wie bitte? Hast du irgendwas gegen Patricia in der Hand? Irgendein Beweis für deinen Verdacht? Nein, es ist nur eine Vermutung. Verstehe. Was erwartest du jetzt von mir? Soll ich mich von Patricia trennen, nur weil du Gespenster siehst? Nein, ich... Ich will doch nur, dass du auf dich aufpasst. Vielen Dank, dass du dir Sorgen machst, aber ich bin schön groß. Niklas, bitte. Ich will einfach nicht, dass sie dir wehtut, okay? Tophie, egal was wir zwei füreinander empfinden, wir werden niemals zusammen sein können. Also spar dir deine Eifersucht. Je eher du akzeptierst, dass Patricia und ich zusammen sind, desto besser für uns beide. Niklas, warte. Hatten Sie da die Finger im Spiel? Entschuldigung, ich hatte gerade Ärger. Oh nein, mit Ihrem Vater? Nein, mit meiner Schwester. Hoppala! Aufwachen und aufwischen! Mein Gott, was ist denn mit Ihnen los? Sophie! Ha? Sophie! 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 Sophie, da bist du hier! Hörst du mich? Sophie, fahr auf! Hörst du mich? Bitte gehen Sie einfach nach draußen. Ein Fehlalarm. Die Feuerwehr ist jedenfalls unterwegs. Gott, ich will. Sophie! Die Sauerstoffflasche aus dem Ersterhilfe. Ja, Kaffer. Schnell! Sophie! Danke. Ruf den Notarzt. Sophie! Vermutlich herauf, Vergiftung. Danke, Ewald. Sophie! 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 Ich rede! Ich rede nur. Alter! Ja! Au! Ihr hattet euch alles. Alles okay. Alles okay. Alles gut. Ich bin noch da. Mein Bruder macht sich bestimmt so. Mein Bruder macht sich bestimmt so. Niklas. Na, Gott sei Dank, du erkennst mich ja doch. Du hast gerade von deinem Bruder gesprochen, aber ich war da. Das kommt bestimmt vor deiner Gehirnerschütterung. Du bist noch ein bisschen benommen. Du hast mich gerettet, oder? Danke. Unser Streit, das... Das tut mir leid. Schon vergessen? Wenn dir was du gestoßen wäre, ich hätte mir das nie verziehen. Ist doch alles gut.